Und damit Herzlich Willkommen zurück zu Rocketbirds Hardball Chicken Jetzt drück doch G Mach halt Almost there Are you done yet? And presto I'm going in Ha I found my gun I can ride shotgun now I'll be your gunner if you pick me up Come on, let's go Let's go get your stuff back Metal Chicken schießt nur Für dich, wenn er getragen wird Warum auch immer Warum auch immer er nur schießt wenn er getragen wird Sehr gut Die muss ich bestimmt mitnehmen Und wenn es nur für ein secret ist Weil hier Ist auch so eine brüchige Wand Ah hier sind wir Ok und jetzt Das war's Das war's Ok hier werden jetzt überall Leute kommen Uh metal What? I'm busy Attention all personnel Two chicken spies Have stolen our secret recipe The bigger one is disguised like a G-man Free dental to the build That brings me their heads Almost there Almost there Almost done Aye Almost there Na wo Na wo Oh fuck Der kleine überlebt nicht so viel Ok I'm done Danke Let's go Wait That disguise no longer works Wo er recht hat er da recht All these dead chickens They must come from somewhere Hey I still have my map Karte Ok Perfekt wir sind wieder bewaffnet So kannst du auch wieder abgehen Woah Woah Ok Irgendwie funktioniert mein Doppelsprung nicht so richtig Ok also wir sind ziemlich im Arsch Und haben scheinbar den falschen Ausgang genommen Und metal chicken is fast down Oh fuck Sehr gut Ok Der war nicht so schlau Gehen wir mal hier lang Da gab es einen Raum in den ich irgendwie nicht reingekommen bin Wie kann man den nochmal benutzen? Ah wir haben es noch nicht freigeschaltet Ok Gut Also müssen wir scheinbar wirklich Da hinten noch irgendwas machen Weil hoch kamen wir nicht Runter kamen wir nicht Nach links kamen wir nicht Ich hab da aber tatsächlich auch überhaupt keinen Eingang zu irgendwas gesehen Ich hab da aber tatsächlich auch überhaupt keinen Eingang zu irgendwas gesehen Ach da Ich bin echt dumm Nein Nein Ja ok Also es war klar Was? Ok ich wollte gerade schon sagen Hallo Ich wollte gerade sagen Wollen wir auch irgendwann wieder auf zu brennen alter Ich habe da. Ich habe da und da. Ich habe da das. Ich habe da. Was? Ich habe da. Ich habe das. Ja. Ich habe da. So Warum auch immer ich jetzt zum fünften mal gedacht habe, dass ich der andere bin Okay Habe ich jetzt die falsche Haufe ausgetauscht? Ja, habe ich Aha, K Na klar Sehr gut Hey, das ist meine Sachen Great I found my boomstick mainstow beggar Alter, ne Mal Wer ist dieser Hero? Oh, freie Dental, hier komme ich Sir, der Plan funktioniert Was mache ich jetzt? Jetzt Okay, ich werde dir die Botschaft Hey, mein Chef hat mir gesagt, dich hier zu halten und wenn es notwendig ist, okay? Boom, du bist tot Ich passe Ha ha ha, Chicken Strike Bark Come, my rubber-suited employees A bucket of pork to the bird that eliminates the big chicken Okay, er will uns wirklich tot sehen Äh, das wollte ich nicht, sondern das hier An instant promotion to the bird that deals the killing shot You'll also be named employee of the month next month Kommt er jetzt gleich, oder was? Looks like he dropped something Ja, den Jammer Ja, ich hab das gesehen, danke Sehr gut Haben Gott wieder auf Schnauze gekriegt, aber das können wir heilen Ganz kurz auf Uhr geguckt Okay, hier ist auch gar nichts Schnauze mal nachladen Oh, hier ist ja wirklich gar nichts Sehr gut Da wird so keine Angestellte des Monats nächsten Monat Sehr gut Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt hier erstmal, äh Den Typen da hinten mit seinem Scheiß auf Schnauze Beziehungsweise Ich hab schon wieder vergessen, dass Ähm, ich habe zwar einen Doppelsprung gemacht, aber Ja, okay Dann geh halt nicht da hoch Pfadze Ähm Wie komme ich auf diesen anderen Dreck da? Drei Okay Okay Das heißt, ich muss da hoch Nee, hä? Wie soll ich den erwischen? Ich kann hier doch gar nicht Komme ich denn hier höher? Warte mal So, wir müssen jetzt nach unten und dann nach rechts Oder reicht das hier schon? Hä? Wo zum Teufel sind wir jetzt schon wieder, Alter? Okay, wir sind falsch gelaufen Wir müssen in die andere Richtung von hier aus Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe Aber ich gehe schon nochmal, ähm, hier rein Warte mal Wir können hier nach unten? Ah, wir können nicht hier rein, okay Sehr gut Ich habe jetzt echt noch nicht verstanden, wo ich bin, ey So, jetzt sind wir wieder im Hauptraum, genau Und wenn wir hier lang gehen Dann verstehe ich immer noch nicht, warum wir hier Ah, warte mal, hier oben ist nur noch ein Raum, in den wir nicht rein gehen Aber irgendwie, warte mal Seite A, Seite B Da in den Raum müssen wir rein Da ist der Gegner drin Okay, ich bin komplett verwirrt gerade Äh, ich würde sagen, wir sind zum nächsten Mal wieder, wenn ich das rausgefunden habe Bis dahin, haut rein und Tschüss